Du erfährst heute hier in diesem Video, wie durch eine perfide Marketingstrategie ein unbrauchbares Mittel gegen Depressionen zum Milliardeninvestment wurde. Die Geschichte von Adi, dem Viagra für die Frau. Guten Morgen! Das Marketing von Unternehmen wirkt deshalb, weil Du Dich davor nicht schützt. Das ist Deine Verantwortung. Deswegen mache ich die aufgedeckt Videos. Als BWLer mit Spezialisierung und Marketing nutze ich meine Fähigkeiten um diese teilweise bizarren Zusammenhänge für Dich aufzubereiten. Die ganze aufgedeckte Playlist verlinke ich Euch am Ende des Videos, also bleibt dran und genießt die Show. Der deutsche Konzern Boehringer Ingelheim entwickelte ein Medikament mit dem Wirkstoff Flibanserin um Depressionen zu bekämpfen. Dann wurde dieses Medikament getestet und fiel mit Pauken und Trompeten durch. In den Testreihen wurde festgestellt, dass all die teure Entwicklungsarbeit für dieses Medikament umsonst gewesen ist. Das Medikament war einfach nutzlos. Frustration machte sich im Unternehmen breit und man versuchte wie es so oft gemacht wird zu schauen ob das ein Medikament dann vielleicht irgendwas anderes kann und man von dem investierten Geld irgendwie etwas wieder reinbekommen könnte. Aber da war nichts sinnvolles was das Medikament konnte. Irgendwann kam allerdings das Gerücht auf dass es speziell auf Frauen virtuell lustfördernd sein könnte. War das nur der Sarkasmus eines Mitarbeiters oder war es tatsächlich so? Naja man griff hoffnungsvoll diesen letzten Strohhalm um vielleicht dann doch etwas mit diesem Medikament anfangen zu können. Aber da war nichts. Man führte eine Untersuchung durch und diese lieferte so deprimierende Resultate dass man das Projekt einstampfen wollte. Aber Menschen die immer nach lukrativen Gelegenheiten suchen um ihr Geld zu vervielfachen kauften dann diese Rechte an dem Medikament. Und konnte dies natürlich sehr sehr preiswert tun. Weil das ja quasi nichts wert war. Sie kreierten dann eine Firma mit dem Namen Sprout die eigens zur Vermarktung von Flibanserin von Finanzinvestoren gegründet wurde. Es war also nun nicht mehr in den Händen der Entwickler sondern die Rechte waren in den Händen von Marketingexperten. Und nun wirds interessant. Schau mal was passiert ist. Man könnte das als Siegeszug eines Placebos beschreiben. Wenn es nicht wirklich so passiert wäre dann müsste man eine gesellschaftliche Tragikomödie draus machen. Es ist für mich unfassbar und faszinierend zugleich was jetzt passiert ist. Also die Marketingstrategien setzen sich zusammen und man erkannte dass 2 Drittel derjenigen die das Manual der psychischen Erkrankung herausgeben enge Verflechtungen zur Pharmaindustrie haben. Manual der psychischen Erkrankung ist. Und es macht auch durchaus Sinn dass die Leute die dieses Manual der psychischen Erkrankungen herausgeben enge Verflechtungen zur Pharmaindustrie haben. Weil diese auch praktizierende Psychiater sind und die ja täglich eine Auswahl an Medikamenten und Behandlungsmethoden zu treffen haben. Naja nun hat man es geschafft durch Initierung von Social Media Kampagnen, Selbsthilfegruppen und Webseiten eine neue psychische Krankheit zu entwerfen. in dem sich genug Menschen wiederfanden. Das war die große Herausforderung in erster Instanz. Aber in den Zeiten von Social Media geht sowas recht schnell. Und diese Krankheit hieß dann Verringerte sexuelles Begehren und Störungen bei Frauen. Diese wurde dann in das Manual aufgenommen. Also dem Katalog aus dem die Psychiater und Psychologen den Patienten einordnen und behandeln. Und das passiert natürlich genauso auch in Deutschland und das muss effektiv passieren, schnell und auch lukrativ. Der Patient bekommt meistens pauschal eine Diagnose und dann entsprechend das passende Medikament. Anstatt sich wirklich individuell psychologisch mit dem einzelnen Menschen auseinanderzusetzen wie es eigentlich sein sollte. Es gibt natürlich auch Ausnahmen aber im Großen und Ganzen auch aus den Gesprächen die ich geführt habe mit anderen Menschen. Deswegen ist es tatsächlich so dass gerade Psychiater relativ schnell eine Diagnose vor den Latz knallen und dann quasi so ein Standardprogramm ins Rollen bringen. Und da gibt es seitens der Psychiater auch so das Argument ist keine Zeit dafür. Der Schwarze Peter wird dann von dem Psychiater den Krankenkassen zugeschoben und diese wiederum finden dann die Schuldigen in gesetzlichen Regelungen und der Politik. Und dann wird eben rein praktisch eine Behandlungsmethode gewählt oder eine Pille und analog dessen was an Krankheit vorhanden ist aus diesem Manual der psychischen Erkrankung. Das ist mehr oder weniger eine standardisierte Automatisierung. Ein nicht ganz unwichtiges Detail sollte nicht unerwähnt bleiben. Bei der Abstimmung ob die Krankheit in dieses Manual aufgenommen wurde oder wird stimmten 18 Leute dafür und 6 dagegen. Das klingt recht deutlich aber wenn man dann bei den 18 Menschen die 16 Menschen herausrechnet die direkte finanzielle Beziehung zu diesem Investorenprojekt Sprout hatten. Dann gab es für 24 Experten nur 2 die diese Krankheit ernsthaft und objektiv in diesem Katalog aufnehmen wollten. Aber nun ja dann war die Krankheit eben geboren und natürlich auch das passende Medikament. Entsprechende Studien waren auch kein Problem weil das sexuelle Verlangen nicht messbar war und man es relativ einfach hatte das Medikament als wirksam zu deklarieren. Weiterhin stampfte man dann im Zuge dessen eine emanzipierte Frauenrechtsbewegung aus dem Boden die dann von heute auf morgen quasi in den sozialen Medien gegen das schreiende Unrecht auftrat, dass es bei Männern 26 Medikamente für sexuelle Störungen gäbe, bei Frauen aber gar keins. Und diese Gruppe und die Gründung ist eine direkte Initiative des Herstellers des Medikaments und das ist für alle auch ersichtlich gewesen und nachvollziehbar. Aber wer kontrolliert das heute? Und es ging nur darum die Zulassungsbehörden um das Medikament dann zuzulassen nachdem sozusagen die Krankheit gegründet wurde das Medikament dann auch offiziell zuzulassen. Und da ging es nur darum diese Zulassungsbehörden unter einen gewissen moralischen Druck zu setzen. Seid ihr nicht etwa auch für die Rechte von Frauen? Seid ihr nicht für Gleichberechtigung? Welche offizielle Instanz kann in der heutigen Zeit von Frauenquoten und Gleichstellungsbeauftragungen usw. sich ernsthaft dagegen stellen den Frauen das Recht auf eine gesunde Sexualität zu verwehren? Du siehst wo unglaublich perfide und von großer Hand das ganze gestrickt ist. Ich finde man muss dann auch einfach mal rein marktwirtschaftlich den Hut ziehen. Aber umso größer die Summe umso größer auch die Hebel. Da bringen auch aufkeimende wissenschaftliche Arbeiten die sich kritisch mit diesen fliehbaren Serien auseinandersetzen wie das von Valid Gellert die ich Euch auch unten in den Quellen verlinkt habe. Weil die Geldmaschinerie in Verbindung mit den sozialen Medien erstmal in Gang gesetzt ist. Da ist die Wahrheit sekundär. Umso wichtiger ist dass Du diese Beiträge wie diesen hier unbedingt auch in diesen sozialen Medien teilst. Auch wenn die sonst eher weniger teilst. Du bist Teil der gesellschaftlichen Aufklärung. Teil das Video. So ein Daumen für das Video ist immer schön und diese Informationen zu wertschätzen. Aber das Teilen ist wichtig. Damit der gesellschaftliche Geist aufgeklärt wird. Denn das Ende vom Lied da kommen wir nämlich dazu ist dass die Finanzinvestoren es geschafft haben dass ATI von der US Zulassungsbehörde tatsächlich zugelassen wurde für eine imaginäre Krankheit und als unwirksames Medikament. Zwei Tage später nach der Zulassung fuhren die Investoren die Gewinne ein. Sie verkauften das Marketingprojekt wieder zurück an die Pharmaindustrie für 1 Milliarde US Dollar. Und das Investment hat sich gelohnt. Ein Wahnsinns Marketing Coup. Link der Quellen für alles gibt es unten. Link für die Playlist aufgedeckt kommt in den Endscreen. Wenn Du beim nächsten Video informiert werden willst dann drück die Glocke im Abo Button. Ich hoffe das Video hat Dir gefallen. Bis morgen Dein Samuel. Ik t DU MAN YEAR! On TIN MORIGAN! Wie mo repair man dein Geyre? Wie heir. Wie bear. Und morgen!